Uiuiuiui, schon der 3. Dezember. Ich bin gespannt, was heute passiert. Uiuiuiui, ich bin ganz aufgeregt. Vielleicht finden wir ja hier endlich den Weihnachtsstern. Ja, das wäre so schön. Wir müssen uns beeilen, an die Ruinen zu kommen. Los, lauf! Ihr 3 im Rucksack seid anstrengend. Ich laufe ja schon. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ja, mit gebrochenem Bein im Wald wäre blöd. Ja, eben, sehe ich auch so. Guck mal, da ist eine Höhle. Vielleicht ist er ja da reingefallen. Nee, Ilchi, alles ist leer hier drin. Uiuiuiui, ist das hier aber düster und hoch. Eigentlich müsste man den Stern doch sehen, wenn er hier ist und leuchtet, oder? Das weiß ich nicht. Aber wenigstens ist die Ruine gleich nicht mehr weit und können wir da gucken, ob wir den Stern finden. Meinst du, wir kriegen das hin? Na klar, Ilchi, kriegen wir das hin. Wir haben schon alles so viel anderes geschafft. Uiuiuiuiui, da oben. Guck mal, da guckt schon was zwischen den Bäumen durch. Wir müssen uns beeilen. Lauf, lauf, lauf! Ja, immer mit der Ruhe, ihr 3. Wollt ihr wissen, wie es mit uns in der Ruine weiterging? Ob wir was gefunden haben? Uiuiuiui, da müsst ihr morgen wieder einschalten. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020